Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video, heute mal wieder otto.de mit dem DCL24.de Level 20 RGB Gaming PC für 2359 Euro. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner CDK Deals, dieser ermöglicht euch Windows, Office und weitere Lizenzen zu Bestpreisen zu erwerben. Falls ihr einen PC ohne Windows 10 gekauft habt, bekommt ihr hier die Möglichkeit einen offiziellen Lizenzschlüssel zu kaufen. Mit meinem Rabattcode PCHK erhaltet ihr ganze 30% auf Microsoft Produkte. Zahlen könnt ihr ganz bequem, zum Beispiel via Visa, Sofortüberweisung, PayPal und so weiter. Danach findet ihr den Lizenzschlüssel in eurem Benutzerkonto und könnt Windows in den Einstellungen ganz einfach aktivieren. Wie ihr hier sehen könnt, funktioniert der Schlüssel einwandfrei und ihr habt später sogar die Möglichkeit kostenlos auf Windows 11 zu upgraden. Zuerst sei gesagt, das wird jetzt über otto vertrieben, aber DCL24 hat auch eine eigene Webpage und da habe ich das System einfach mal nachkonfiguriert mit eben den Sachen, die sie im Konfigurator haben, weil ich hatte mich erst so gefragt, welchen RAM nehmen die da, was ist das für eine SSD? Da steht bei otto alles nicht dabei. Bei DCL steht es drin und zwar ist es so, haben die nicht viel Auswahl. Die haben dann bei 16 GB RAM, 3200 MB zum Beispiel, nur einen einzigen. Dann kann ich sagen, okay, der ist es. Dann kann ich das auch so raussuchen und wenn ich das alles so nachstelle, dann liege ich bei 2198,90 Euro. Das sind hier einfach mal 159 Euro mehr. Ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach nur der Aufschlag ist von otto, weil otto vertreibt das dann für die und die wollen natürlich Geld dafür sehen, weil das ist ja auch irgendwo Werbung, weil ich wäre nie auf die Seite gegangen, DCL24.de, hätte ich es bei otto nicht gefunden. Die stecken sich davon was ein und das ziehen sie den Kunden natürlich auch wieder ab, klar. Solltet ihr also irgendwie die Möglichkeit haben, nicht bei otto zu bestellen, sondern direkt über diesen Händler, dann macht das bitte so. Viele kaufen bei otto, das weiß ich, weil sie da finanzieren können, was auch überhaupt nicht verwerflich ist. Jeder finanziert mal irgendwas, weil das sie es gerade irgendwie nicht leisten kann oder weil es angenehmer ist, weil es null Prozent ist, ist ja auch scheißegal warum. Einfach nur so, kriegt es dann bei dem Hersteller direkt günstiger, wenn er es denn so anbietet. Bei DCL ist jetzt das der Fall. Das gucken wir uns dann gleich nochmal an. Dann schauen wir uns jetzt direkt erstmal das Bild an. Also das Gehäuse, das stimmt, die Wasserkühlung stimmt auch. Zu dem Mainboard kann ich nicht viel sagen. Da weisen die aber auch darauf hin, dass sich die Anschlüsse ändern können. Wir haben hier noch so eine schöne Seitenansicht. Also wie gesagt, die Wasserkühlung stimmt. Der Lüfter, der da oben zu sehen ist, der ist tatsächlich eigentlich in der hinteren Seite des Gehäuses verbaut. Den haben sie einfach umgebaut. Die haben die Wasserkühlung nach hinten getan und den einen Lüfter nach oben verbaut. Und vorne die drei AGB-Lüfter, das passt auch so weit. Und wie gesagt, das Mainboard, da brauchen wir uns jetzt nicht drauf festlegen. Grafikkarte wird irgendein Design sein, aber sie faken auf jeden Fall nicht rum mit beleuchteten RAM oder so oder irgendwelchen RGB-Stripes, die halt nicht drin sind. Auf der Rückseite sieht man auch nur das Kabelmanagement. Und hier haben wir tatsächlich noch den Hinweis, Anschlüsse können variieren. Das ist hier hinten wegen dem Mainboard so. Wahrscheinlich lassen die sich einfach die Option offen, beziehungsweise haben das System irgendwann mal gebaut mit einem anderen Board und haben jetzt halt ein anderes reingeklatscht. Deswegen kann das variieren. Finde ich gut, dass sie darauf hinweisen. Hier sieht man übrigens auch noch unten eine WLAN-Antenne. Da kommen wir gleich noch zu. Also WLAN und Bluetooth. Und dann gehen wir jetzt mal durch die technischen Daten. Betriebssystem ist Windows 11 Pro. Er ist relativ selten, dass wir damit anfangen, aber kostet hier 91,99 Euro. Kriegt er bei meinem Partner deutlich günstiger, wenn er euch so einen USB-Stick fertig macht mit Windows. Ich habe dafür auch eine Anleitung im Discord. Einfach Stick reinstecken, Media Creation Tool runterladen, Windows 11 auf den Stick packen, installieren, fertig. Dann bekommen wir den Intel Core i5 12600KF. Er hat eine TDP von 125 bis 150 Watt, 10 Kerne, 16 Threads, 6 Performance, 4 Efficiency-Kerne, also 12 Performance-Threads und 4 Efficiency-Kerne. Ich sage es immer wieder, weiß ich, aber es ist halt einfach so, wir haben viele neue Zuschauer auf diesem Kanal. Die 4 Efficiency-Kerne sind zum Beispiel dafür gedacht, wenn ihr YouTube guckt oder Office-Arbeiten macht, irgendwas schreibt oder so, dann ist das System nicht so hart belastet und der ist stromsparend und wird nicht so warm. Wenn ihr zockt, kommen die Performance-Kerne mit dabei, mit Hyper-Threading dann 12 Threads und dann könnt ihr auch ordentlich zocken, dann wird er natürlich wieder wärmer. Da kommen wir gleich noch zu dem Thema. Was das Stream angeht, er ist bedingt dafür geeignet. Habt ihr ein rechenintensives Spiel, wie es zum Beispiel Apex Legends oder so und wollt dann noch über den Prozessor rendern, dann wird das schon ziemlich eng. Dann müsst ihr über die Grafikkarte rendern. Ihr könnt natürlich auch AAA-Titel damit spielen, ihr könnt die auch streamen, wenn ihr über die Grafikkarte rendert. Dadurch wird die natürlich höher belastet, dann müsstet ihr vielleicht das Spiel ein bisschen runterschrauben, dass ihr Bescheid wisst. Ich wäre lieber auf einen 12700K gegangen, wenn ihr jetzt mit dem Gedankenspiel zu streamen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr kauft das System, könnt alles ununterbrochen streamen und alles ist schön. Ne, da würde ich noch einen stärkeren Prozessor nehmen. Will die Frage einfach nur geklärt haben. Kriege ich ganz oft in den Kommentaren, kann ich damit streamen? Ja, bedingt. Es gibt besseres. Und der kostet 272,65€ bei Ebay. Als Arbeitsspeicher kriegen wir DDR4, 16GB, 3200MHz. Das war das Thema, was ich eben angesprochen habe. Hier haben wir zum Beispiel 2x8GB, 3600MHz. Der ist es nicht. Hier haben wir welche mit RGB-Beleuchtung, auch 3600MHz. Der ist es auch nicht. Hier haben wir nur 8GB. Also wird es der 16GB 3200er sein, Crucial Dim. Den genauen habe ich jetzt nicht gefunden. Wir nehmen jetzt einfach die Crucial Ballistics Schwarz, Dim Kit, 16GB, 3200MHz. 16GB ist in der Preisklasse noch in Ordnung, 3200MHz. Ja, die sichern sich halt damit ab, ne? Ich verbaue immer 3600. 3200 ist halt das, was Intel vorgibt. Intel sagt, bis 3200 könnt ihr uns quasi in Haftung nehmen, wenn das System dann nicht läuft. Kommt der PC-Ersteller jetzt auf die Idee und packt 3600er rein, wie es zum Beispiel auch Dubaro gerne mal macht, dann kann es natürlich passieren, dass das System eventuell instabil läuft. Das ist meistens nicht so, aber kann passieren. Und dann wäre halt Dubaro am Arsch oder halt in dem Fall jetzt DCL, weil sie dann wieder auf 3200er runtergehen müssen. Ich persönlich verbaue es halt immer. 3600MHz. Es ist ein Aufpreis von 5 bis 10 Euro. Da kann man die Leistung ruhig noch mitnehmen. Das sind so 3-4% FPS mehr. Warum nicht? Aber das ist natürlich soweit okay. Da kann ich jetzt nicht großartig meckern. Ich hätte es halt einfach anders gemacht. Und der kostet 69,45 Euro bei Böttcher AG. Dann bekommen wir eine M.2 SSD 1000GB. Die haben halt drei Stück zur Auswahl in ihrem Konfigurator. Das ist die NV1, die Samsung 970 EVO oder die Samsung 980 Pro. Da sie nicht dabei geschrieben haben, dass das so eine Ultraschnelle ist, weil ich würde es als Händler einfach dabei schreiben, dass es eine Samsung ist, gehe ich davon aus, dass sie die Kingston NV1 nehmen. Das ist auch, weiß Gott, nicht schlecht. Die hat eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 2100MBps und 1700MBps. Zum Zocken reicht das völlig aus. Man kann sich natürlich eine schnellere kaufen, wenn man viel kopiert, viele Videos hin und her schiebt, Musik oder sonst was. Aber zum Zocken reicht die dicke. 1TB kann man drüber streiten. Ich hätte mir vielleicht noch eine HDD mit reingewünscht in das System. 1TB ist erstmal okay. Ihr könnt später ja auch noch erweitern. Wenn ihr irgendwann sagt, das ist mir zu wenig, gibt das Mainboard auch noch ein paar Erweiterungsplätze her. Das ist kein Problem. Es gibt halt Spiele, die fressen viel Speicher. Ich habe gestern noch Far Cry runtergeladen. 130GB. Dann habe ich mal irgendwann ARC gespielt, beziehungsweise kriege ich auch Kommentare. 500GB, keine Seltenheit, mit allen Mods und so. Deswegen lasst es euch gesagt sein. Ihr kommt erstmal damit aus. Zum Erweitern könnt ihr später noch was dabei holen. Und die kostet 76,41€ bei Ebay. Über Notebooks billiger. Haben die sich echt da gerade um 1 Cent unterboten, nur weil es Ebay ist? Das verstehe ich nicht. Weil es steht halt direkt hier drunter. 76,41€ und 76,2€. Naja, wie auch immer. Soll mir egal sein. Als Grafikkarte bekommen der NVIDIA RTX 3070 Ti 8GB. Ja, da habe ich jetzt natürlich freie Hand. Ich kann ja nehmen, was ich will. Beliebiger Hersteller halt. Es wird nichts festgeschrieben. Das ist eine gute Grafikkarte. 8GB ist auch noch okay. Wir haben auch gestern, wo wir beim Thema Far Cry sind, haben wir gesehen, dass die schon an ihre Grenzen kommt. Wir haben nämlich auch eine 3070 Ti im Haushalt von Asus. Die hat auch 8GB. Far Cry genehmigt sich einfach mal 7,6GB. Je nach Einstellung natürlich. Ihr könnt die AAA-Titel damit spielen. Ihr könnt die E-Sports-Games sowieso damit spielen. Überhaupt kein Problem. Ist einfach so, ihr müsst vielleicht eure Grafik ein bisschen anpassen. Sagen wir jetzt mal, ihr wollt wirklich ein AAA-Titel wie Far Cry 6 oder Cyberpunk oder so spielen. Müsst ihr, um gute Bildraten zu erreichen, wenn nicht sogar 144Hz, weil ihr einen 144Hz Monitor habt, die Grafik ein bisschen runterstellen. Es ist so, wie es ist. Es gibt noch stärkere. Es gibt eine 3080, 3080 Ti, 3090, wobei die relativ gleich sind. AMD hat auch noch ein paar. 3070 Ti ist aber eine gute Karte. Kein Problem. Und die kostet 829 Euro bei notebooksbilliger.de. Leistung Netzteil sind 850 Watt. Ja, so viel Auswahl haben die ja auch nicht. Die haben C-Sonic mit 850 Watt und ein Thermaltake. Ich nehme jetzt das C-Sonic. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, rechnet hinterher ruhig noch diese, wie viel ist das? 50 Euro oder was obendrauf. Macht das von mir aus. Das Netzteil ist soweit okay. Hat 5 Jahre Garantie. 80 plus Bronze Zertifizierung. Gold Netzteil hätten mir wesentlich besser gefallen. Festes Kabelmanagement. Gut, kann euch erstmal egal sein. Wenn man natürlich hinterher daran rumschrauben will, ist es schön, wenn man ein modulares Netzteil hat, wo man die Kabel einzeln an- und abklemmen kann, die man gerade braucht. Dann fliegt nicht so viel im Gehäuse rum. Wie gesagt, kann euch erstmal egal sein. Für das System reichen 850 Watt auch völlig aus. Und das kostet 73,77 Euro bei MineFactory. Beleuchtung, Gehäuse bzw. Detailsgehäuse. Ja, RGB-Beleuchtung, Sichtfenster aus Glas, bla bla. Wir wissen, welches es ist. Die haben hier nämlich tatsächlich nur ein Thermal Taken. Das ist das Level 20 MT ARGB. Das ist soweit okay. Es gibt bessere Gehäuse mit besserem Airflow, die auch eine Mesh-Front haben und so. Bei dem Gehäuse ist es einfach so, die haben hier so einen 1cm Schlitz. Da saugt er sich das quasi dran, also auf beiden Seiten. Dann die Luft vorne rein, hinten wieder raus, weil die haben ja den Lüfter, der hier hinten verbaut ist, nach oben geklatscht und hier die Wasserkühlung dran gepappt. Vom Airflow her wird das schon reichen für dieses System. Gehe ich mal ganz stark von aus. Ich würde es mir persönlich wahrscheinlich nicht kaufen. Ich hatte es auch noch nie in der Hand. Kann auch sein, dass es qualitativ Bombe ist, aber ich habe bei Thermaltake nicht so gute Erfahrungen, vor allen Dingen, wenn wir mal über die Netzteile sprechen. Sind gerne mal abgeraucht. Habe ich früher gerne verbaut, sind alle kaputt gegangen. Also nicht alle, aber einige. Da bleibt man halt so einem Hersteller schon mal ein bisschen fern. Aber es reicht für dieses System aus, hat auch genug Platz im Gehäuse, auch für die Grafikkarte und das kostet 79 Euro bei Equipper. Was das Mainboard angeht, das ist ein Intel Z690 Chipsatz, ATX, 1700er Sockel, klar wegen dem Intel Prozessor. Und das Schöne bei dem Konfigurator ist, die haben halt einfach nur eins. Das Gigabyte Mainboard Z690 UD DDR4. Hier haben wir es auch schon. Hat gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke, hier kommt die SSD rein, hier die Grafikkarte, hier unten könnt ihr noch zwei weitere SSDs erweitern oder hier zum Beispiel eine USB-Erweiterungskarte, wenn euch die Anschlüsse nicht reichen, eine Capture Card könnt ihr anschließen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, viermal USB 3.0, einmal USB 3.1, Typ A, einmal USB 3.1, Typ C, HDMI-Displayport werdet ihr hier nicht verwenden, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat und ihr dementsprechend das Bild über die Grafikkarte zieht. Thema USB 2.0 und PS2 werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Das ist erstmal ein grundsolides Board. 7.1 hat es auch, wenn ihr quasi die Anschlüsse beim Gehäuse noch mit benutzt. Ansonsten, ja gut, Z690 Chipsatz, ihr könntet den Prozessor theoretisch übertakten. Ist halt ein K-Prozessor, hat einen freien Multiplikator, wenn ihr später übertakten wollt. Würde ich aber, was die Kühlung angeht, nicht machen. Kommen wir gleich noch zu. Und das kostet 188,27 Euro bei MineFactory. Da kommen wir auch schon zum Kühlsystem, Wasserkühlung, Anzahl Wasserkühler 1. Wir haben es eben auf dem Bild gesehen und im Konfigurator steht es genauso. Thermaltake zu spielen und zu streamen gleichzeitig. Wird der zu warm. Gebe ich euch Brief und Siegel. Testet es ruhig. Kauft das Ding. Macht mal. Das ist halt echt so. Das ist eine 120er I.O. Wenn ihr jetzt auch noch Pech habt, Dachgeschosswohnung warm. Ne. Sowas kann man nehmen für einen 12.400er oder so. Aber einen 12.600er, das ist schon hart. Also ich sage ja grundsätzlich immer, 240er soll es schon sein. Vor allen Dingen, wenn ihr später noch mit dem Gedanken spielt, vielleicht einen stärkeren Prozessor zu kaufen. Dürft ihr direkt noch einen neuen Kühler kaufen. Wenn ihr Pech habt, sogar ein neues Gehäuse, wenn die neue Kühlung nicht da reinpasst. Sieht natürlich schick aus mit der RGB-Beleuchtung und so. Wird auch funktionieren zum Reinzocken. Mit dem Stream wird es dann wirklich eng, wenn ihr noch darüber rendert. Und vor allen Dingen, wenn wir darüber sprechen, dass ihr vielleicht später noch übertaktet, weil es ein K-Prozessor ist. Dann wird es auf jeden Fall zu eng. Und die kostet 60,20 Euro bei Neon24.de. Was ganz interessant ist, wir haben hier WLAN mit dabei. 802.11 ABGNACAX, also neuester Standard. Bluetooth ist auch mit dabei. Man hat auf den Bildern ja wie gesagt schon gesehen, dass eine Erweiterungskarte dabei ist, weil das Mainboard selber kein WLAN und Bluetooth hat. Wir nehmen jetzt hier die Intertech Power on DMG35. Die steht auch bei denen im Konfigurator drin. Ist nett, dass es dabei ist. Der aktuellste WLAN-Standard ist also super. Und die kostet 30,90 Euro bei Computeruniverse.net. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den Rahmen, die Grafikkarte, das Mainboard, die WLAN-Karte, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1771,64 Euro. Das System soll kosten 2359. Oder wie ich es sage, Hightech 2.0. Nein. Leute, lasst die Finger davon. Brauche ich doch was dazu sagen? Nein, brauche ich. Es ist halt einfach so, wenn ihr den Konfigurator nehmt, seid ihr noch ein bisschen günstiger, 159 Euro. Lasst es trotzdem. Ich meine, das sind gegenüber dem Konfigurator, der schon günstiger ist, 400 Euro Unterschied. Und hier über 500 Euro. Lasst einfach die Finger davon. Das ist viel zu teuer. Es kann natürlich sein, dass es jetzt nur dieser hier ist. Also ich habe den quasi nachkonfiguriert bei denen. Konfigurierte PCs sind immer ein bisschen teurer, das ist klar. Nur selbst hier fährt ich bei Otto viel zu teuer. Viel zu teuer. Und ihr wisst nicht, was ihr genau bekommt. Zumindest was die Grafikkarte auch angeht. Ihr könntet für das Geld das System nachstellen, sag ich mal, bei Mindfactory. Ihr wisst genau, was ihr kriegt. Welche Grafikkarte. Weil da gibt es sowas wie beliebige Hersteller einfach nicht. Und da wärt ihr definitiv günstiger. Ihr bekommt die meisten Komponenten einfach bei Mindfactory. Und lasst es dafür 150 Euro zusammen klatschen. Gut, klar. Ihr habt hier noch Garantie bei und so. Ich habe auch ganz oft das Thema, dass die Leute sagen, ey, du musst bei Geizhals auch die Versandkosten mit reinrechnen. Nein, muss ich nicht. Warum? Wenn man das alles eins zu eins nachstellen kann bei Mindfactory und das da zusammenbauen lässt, dann bezahlt man auch nur einmal Versand. Genauso wie hier. Deswegen, naja. Das ist halt ein Thema, das ist nichtig, finde ich. Auch wenn ihr das System... Ich habe es mal bei Dubaro nachgeklatscht. Da kam ich irgendwie auf 2100. Deswegen, ja, lasst die Finger davon. Ich würde es nicht kaufen. Selbst wenn ihr darüber finanzieren wollt und so. Ihr findet bestimmt einen anderen Shop, der finanzieren lässt. Weil viele bestellen, wie gesagt, bei Otto, weil sie aus welchen Gründen auch immer finanzieren wollen, weil es 0% ist oder was. Und selbst dann ist es zu teuer. Nein, nein. Noch eine Sache. Ich habe jetzt mal vor kurzem meine Konfiguration vorgestellt, was Intel angeht. Ihr wollt jetzt unbedingt noch ein AMD-Video. Ich lasse mir damit ein bisschen Zeit. Ich warte gerade auf den Release von 5800 3DX. Das ist jetzt der neue Prozessor oder der refurbished, redesignte Prozessor von AMD. Wenn der auf den Markt kommt, ich will mir ein paar Benchmark-Ergebnisse angucken, ob man da vielleicht was Besseres zusammenstellen kann, bevor ich euch jetzt ein falsches Video poste, wo ich sage, nehmt den 5800er ohne 3DX, dass ihr da Bescheid wisst. Gut, dann lasst dir gerne einen Kommentar da. Lasst ein Däumchen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Outro